Das Willerbad ist bei den Bernerinnen und Bernern sehr beliebt. Darum danke ich der Stimmbevölkerung, dass sie Ja gesagt hat zum Baukredit für die Sanierung des Bads. Wir werden damit die Bäcke und die Wassertechnik erneuern können. Und alle können sich freuen. Es gibt zusätzliche Attraktionen beim Planschbäck, beim Kinderspielplatz und beim Sprungbäck. Endes Badsaison 2023 wird das Willerbad seine Töre zutun, damit es 2024, zum Anfang der Badsaison, seine Gäste wieder willkommen heissen kann.